und damit herzlich willkommen bei mir dem torsten akatoto beim clan true warriors worum geht es eigentlich in der folge ich hatte letzte folge schon angedroht dass wir das drachen event spielen und wir müssen mindestens zwei drachen dabei haben ein drachen kostet 4200 elex und wir müssen mindestens drei angriffe gewinnen um die 300 ep und die 30 juwelen einzusacken und ich würde sagen lange rede kurzer sinn ich habe gebaut zwölf drachen ich habe 22 blitz gebaut ja ich hole einfach mal jetzt das lightning spell event hier für mich nach ich weiß nicht ob es das optimale ist aber ich teste das einfach mal an habe zwei wut habe ein frost und einen erdbeben zauber in der klan burg seht ihr selber drei loons und noch ein drache und meine queen schafft hoffentlich wenn ich denn einen adäquaten gegner finde mindestens vielleicht eine lama gucken so ganz im alleingang und ich bin jetzt auch nicht unbedingt darauf bedacht hier in rf zu machen das muss ich nicht unbedingt aber das ist ja schon schöner gegner hier zumindest was die ressourcen angeht ich weiß es mehr h9 aber jetzt muss ich mich mal eben orientieren wo die fehler sind hier ist ein fehler der in die richtung zeigt und ich sehe jetzt noch keinen zweiten fehler hier doch der zweite fehler ist da dann würde ich sagen wir gehen ruhig über diese flanke hier rein wir machen den ist er hat sehen also so neun halber und ich gucke mal ich komme natürlich an keine la mit meiner mit meiner bogenschützenkönigin dran hat auch hier unten an die la komme ich ja 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 das sicher jetzt erst das ist ja cool jawohl die müssten wir eigentlich mitnehmen die die la jetzt und dann können wir zumindest eine blitzen und zwar würde ich sagen wir blitzen eine in der hinteren region und zwar diese hier die machen wir mal weg und schicken jetzt mal ganz piano hier unsere drachen rein so ok und ziehen jetzt der fehler macht mir so ein bisschen sorge hier aber das ist nicht so schlimm wir ziehen immer alle unsere drachen hinterher und hauen da jetzt mal den ersten wut rein und dann müsste das gleich auch schon zumindest für den fehler geschichte sein hier kommt mein zweiter wut rein jetzt habe ich noch einmal den frost zauber muss ich gleich mal gucken wo ich bin setzte aber ich denke mal er ist dann gleich bei den ordi drachen halten aber gut aus donnerwetter donnerwetter jawohl das war die königin deiner mitte und wir setzen hier jetzt unseren frost weil die la soll jetzt nicht länger schießen da gehen jetzt auch schon so ein paar drachen hin und dann sehe ich das doch zuversichtlich ok es waren 9 halber aber es ist auch seine schuld ich habe ihn nicht dazu gezwungen in 9 halb zu spielen um keine entferne zu haben und dann ist das hier letztendlich ein ziemlicher overkill gewesen so viele drachen wie noch über sind also die sind schon glaube ich ziemlich gut ich denke mal im zweiten wurf schnappe ich mir da mal eine etwas stärkere base um die truppe hier auch mal ein bisschen an die grenzen zu führen aber das sieht gut aus das waren cooler angriff coole ressourcen und ja und das waren drei sterne sind 3000 dunkles 491.000 ex mit dem bonus ist doch super und wir haben schon unseren ersten stern gemacht warten jetzt eben dass die die königin wieder wache wache werte und dann machen wir unseren zweiten angriff bis gleich ok da sind wir wieder zurück bei unseren drachen event ich habe die identische armee noch mal gebaut aber im dritten angriff würde ich sagen machen wir so ein bisschen was anderes nämlich da schicken wir mal ein paar hunde drachen und all uns hinterher ist mal gucken die space behalte ich mal so bei mal sehen was uns diesmal über die leber hier läuft und ich hatte ja gesagt ein bisschen stärker darf die b sein dass ja das ist jetzt schon 11 ich hatte ja gesagt vielleicht muss ich mal 11 machen aber so einen schwachen elber jetzt zu machen wer weiß vielleicht ist er gar nicht so schwach aber hier erreiche ich ja doch ich erreiche eine leise muss ich eben mal gucken er ist auf multi das natürlich optimal für uns und wir erreichen da unten auch wieder die eine la ja die machen wir auch tschuldigung ich musste eben mal räuspern und damit ist dann die klar hier auch geschichte ja wohl die paar sachen hier nehmen wir am rand noch mit der queen mit dem bogenschützen und vielleicht noch nicht okay da geht sie darum ist aber nicht so schlimm dann schicken wir hier schon mal zwei drachen rein ok da hat er so was für uns im petto und dann gucken wir mal was wir denn am ende hier eigentlich blitzen aber ich sehe schon was wir hier blitzen wir setzen den blitz mal hier rein denn der feger macht uns hier doch ein bisschen das leben schwer aber ich glaube das wird hier in diesem fall mal ganz gut gehen der adler ist schon mal geschichte jetzt kommt der single entferne hier an der stelle ich setze hier noch mal meinen zweiten mut rein und der multi entfernung entschuldigung da hinten ist auch multi entfernung ja das ist natürlich optimal für uns ja das war jetzt wieder nicht so eine tolle base naja dafür sind dann die drachen denke ich mal doch ich habe ein bisschen zu mächtig ist das drachenevent und ich hatte ja gesagt vielleicht muss ich mal 11 machen hier ist mein level 11 gegner und hier muss ich eben mal wieder den fries bringen ich weiß der macht jetzt nicht so viel schaden aber ich auch alles verbrauchen hier und gehe hier auf ganze sichere drei sterne das werden die ganze sichere drei sterne immerhin habe ich mal jetzt wieder eine adler def auf meinem konto also auf den zähler dieses dieser errungenschaft die man ja machen kann und warum soll ich mir die nicht so billig holen jetzt hier mit den drachen wo die nur 4200 elex kosten also mal gerade so ein prozent oder zehn prozent von dem wasser eigentlich kosten ist egal haben wir im sack zweiter stern ist drin und wieder einen auf unseren errungenschaft zähler jawohl star bonus auch noch reingefahren auch da sieht zwar mir gar nicht mal so schlecht aus und ich würde sagen wir warten eben die armee noch ab machen das dann mit den hunden mal mal sehen vielleicht ob das besser oder halt nicht so gut ich fordere schon mal truppen an glaube ich dann nehmen wir mal nicht irgendwas auch kann ich noch nicht okay muss ich gleich erst machen dann sehen wir uns beim nächsten angriff so ist ja eigentlich eine doofe floskel aber ich sage es trotzdem mal das hat jetzt ein bisschen gedauert ich habe mich gerade so ein bisschen in den chats verquatscht aber nichtsdestotrotz wollen wir uns noch einen dritten gegner suchen unsere armee ist fertig und ich habe keine klanburg ja ist ja super torsten ok dem da weiß ich mir aber zu helfen glaube ich da muss ich eben mal schauen klein moment leute dauert nur eine sekunde dann habe ich ein paar truppgies drin und netterweise schiebt mir der barfuß immer mal wieder so ein paar truppe rüber wie auch in diesem fall ja danke dem barfuß für seine spender an der stelle und er weiß dass ich hier gerade gehe und deswegen ganz ganz schnell brauche damit wir den nächsten angriff machen können so jetzt sind wir auch drin dann kann das los ich stecke noch mal ja sie sind wirklich da auch erster wurf hier leute erster wurf mit entfernt aus mit in der mitte zwar nicht ganz so hart und mit für mich erreichbare las würde ich sagen ich denke mal dass wir die la ich kann gar nicht drauf klicken ja ach kann ich ja nicht stimmt die la hier unten ich glaube die la hier unten ist etwas besser für uns geeignet die nehmen wir uns noch mit jetzt kriegen weil jetzt war richtig viel feuer ich muss die queen jetzt schon scheiße schafft ihr das noch schafft sie noch super super gemacht jetzt muss ich mal gucken ich will ja von der gegenüberliegenden seite eigentlich kommen eigentlich will ich eine sichere sache machen das heißt jetzt muss ich mal gucken wo hier die fehler stehen der eine steht nach der andere steht nach da dann würde ich sagen wir blitzen diese la hier weg und hauen hier noch unseren erdbeben drauf und fangen jetzt mal mit beiden hunden an jetzt gucke ich mal wie die an ich fange mal mit den drachen an 1222 hunde hinterher loons hinterher und meine loons auch so dann schicken wir hier noch zwei drachen rein und die jetzt mal in wut die gehen da oben so blöd über die seite rein ach das ist okay das geht aber noch noch mal gut hierhin und jetzt muss ich gleich mal gucken wo ich meinen zweiten wo ich den einen frost rein setze ich denke mal den haue ich jetzt mal drauf dass der x bogen mir den nicht weg macht dass ich wenigstens das das rh ist es ja nicht aber das dunkle lager vielleicht kriege und weil jetzt kommt schon der inferno allerdings ist das ein oder der macht man dann auf jeden fall weg ja der level 4 x bogen ist dann schon eine harte nummer stelle ich gerade fest okay das war ein angriff führen aber letztendlich habe ich meinen stern drin für den für den bonus das war hier ja ziel dass ich hier die beiden dass ich die drei drei sterne kriege für den für die ep und für die 30 juwelen und dann ist das jetzt leider ist nichts geworden er ist nicht so tragisch auch ein bisschen kleines bisschen dunkles nehmen wir mit vom bonus und irgendwo haben wir hier auch in der base was gemacht die erste 353 ok wir haben auch ein bisschen was verbraucht aber an dunklen glaube ich ja nur den erdbeam zauber das in ordnung da kann ich mit leben und da haben wir 30 games und die 300 xp also einmal das event an einem abend in einer folge abgearbeitet und ich weiß noch gar nicht was ich jetzt nach baue weil ich mich auf unseren ck hier vorbereitet ich habe zwei moment nur die kehn aber wir haben schon ein paar angriffe hier gehabt ich habe das nebenbei gesehen und würde ja wir fangen einfach jetzt schon mal an in der folge das ist doch cool nehmen wir uns gleich mal den ag hier vom popi vor das ist rh9 auf rh9 und weil es so schöne 100 prozent sind gucken wir uns das einmal an er entscheidet sich hier für einen walk mit den peckers also pecker walk mit drei heilern ich nehme immer vier könnte ich eigentlich auch mal mit drei heilern testen aber dafür hat er natürlich etwas mehr magier hier dabei ich habe immer nur ein oder zwei dabei deswegen habe ich dann wahrscheinlich auch vier heiler und meine helden sind aber schon auch schon etwas stärker und gerade wenn hier starke cb rauskommt dann ist es vielleicht sinnvoller wenn man den einen oder anderen magier mehr im petto hat jetzt muss ich mal gucken was der gegner so eine klanburg hat ok lakaien das ist kein thema und der drache ja das ist auch gut kommt er jetzt links schon mit den hocks ich bin gerade ein bisschen außer atem weil ich hier reingelaufen bin und das sieht ganz gut aus da machen die hocks einiges jetzt teilen sie sich zwar aber ist nicht so tragisch kling kann auch noch zünden da hinten sind die bohlein heilung und den sprung mal vor auf zweifach die tesla sind jetzt auch noch nicht so hoch dass sie hier unsere hocks ein nacheinander weg braten und jetzt ist schon clean up time hier ging es immer noch zündbar und wie viel besser leben da noch ich denke mal ich glaube das sind noch zwei stück zwei stück super super drei sterne hier was haben wir hier hinten die bauhütte ja aber das war kein zeitproblem hier die zeit läuft hier nur den gesamten angriff runter also ich denke mal der obi hatte hier noch zeit genug und ich werde allerdings hier jetzt nicht mehr von aufnehmen weil ich das in einer nächsten folge wieder zeigen werde von von dem ck hier wie es sieht durch wachsen aus muss ich sagen die gegner bases sind gut der gegner ist ein level 7 gegner aber nicht schlecht bestückt also die haben sich auch irgendwo gesucht und gefunden und ich würde sagen wenn euch das video gefallen hat hier von dem event und dem einzigen gefeiert jetzt noch nicht die masse dann lasst mir daumen nach oben da wenn ihr noch kein abonnent zeit am ende dieses videos könnt ihr mich abonnieren und wir sehen uns in der wochenend ck folge dann wieder bis dahin euer tuto die so